Heute zeigen wir einen Nasenkorrektor ohne OP, wo diese Behandlung allerdings bereits 10 Tage her ist und jetzt zur Nachkontrolle nochmal die Feinheiten bearbeitet werden und wenn man sich an das Video noch erinnert vor 10 Tagen, sonst kann man sich das noch einmal anschauen, sieht man jetzt schon wie schön die Nase nach 10 Tagen geworden ist und jetzt dieser feinen Nachkorrektor nochmal und dann hat man eine optimale Form, die Patientin ist überglücklich, das war sie schon direkt nach der ersten Behandlung, jetzt denke ich wird sie gleich das nochmal von der Seite erleben dürfen und dann hat sie die perfekte Nase. Man darf hier nicht vergessen, dass hier, wenn man sich das anschaut, vor 10 Tagen die Nase eine deutliche Krümmung hatte und die ist jetzt komplett verschwunden.